Menschen und Computer, das muss ja schief gehen. Egal ob man seine Steuererklärung eingibt oder per App einen Platz reserviert. Aber längst stecken Computer überall drin, in der Waschmaschine, im Auto, sogar im Lichtschalter. Wer auch immer mit Programmierung oder mit Elektronik befasst ist, bastelt früher oder später Bedienoberflächen. Die wirken dann oft eben genau so, gebastelt. Selbst wenn sie in Geräten stecken, die für teures Geld verkauft werden. Das sorgt bei den Anwendern für Nervenzusammenbrüche oder sogar für ernsthaften Schaden. Dieser offene Online-Kurs richtet sich an alle, die Hard- und oder Software entwickeln, ob als Amateure oder als Profis. Ebenfalls ist der Kurs interessant für Personen, die Entwicklungsprojekte in Auftrag geben und mitreden können wollen. Und für Menschen, die von schlechten Mensch-Maschine-Schnittstellen geplagt sind und formulieren können wollen, wo das Problem liegt und wie man es beheben könnte. Dieser Kurs bietet über zwei Monate einen tiefeneren Einblick in den Stand von Forschung und Technik auf dem Gebiet der Mensch-Maschinen-Interaktion. Es geht um grundlegende Ideen der Softwareentwicklung, um Standards, die man oft erst bemerkt, wenn sie verletzt werden, um klassische Techniken, ebenso wie um die immer umfassendere Sensorik und um das Maschinenlernen, um das systematische Entwerfen und Testen, aber auch um einige in der Praxis wichtige Themen, die in der einstägigen Literatur oft vernachlässigt werden. Zum Beispiel um Aufmerksamkeit und um Informationsvisualisierung. Wir werden ein wenig Programmieren in der leicht verständlichen Programmiersprache passen. Es ist von Vorteil, sich in der Mathematik noch an Potenzen und Logarithmen erinnern zu können. Aber im Großen und Ganzen geht es in diesem Kurs darum, den gesunden Menschenverstand einzusetzen. Methodisch und kreativ. So können wir gemeinsam die neue digitale Welt etwas freundlicher machen. Die Anmeldung zum offenen Online-Kurs Mensch-Maschinen-Interaktion ist nun möglich.